Zweiter Teil zum Thema Kundentypen nach DISC. Schön, dass du wieder dabei bist. Bitte, wenn du das erste Video noch nicht gesehen hast, das ist die große Übersicht über diese vier Typen, schau dir das bitte jetzt einmal an und komm dann wieder zu diesem Video zurück. Frage, kennst du sie, diese Machertypen, die die vorangehen, die die Richtung vorgeben, die Entscheidungen treffen, die auch die dazu passende Stimme haben? Kennst du sie? Okay, dann lass mal darüber sprechen, wie du am besten an diese Kundentypen verkaufen kannst. Stell dir mal bitte folgende Situation vor. Du hast deinen Kundentermin, du fährst dahin, du bist gut in der Zeit, findest einen Parkplatz, du meldest dich an, du wartest noch ein bisschen, alles gut. Und dann geht plötzlich die Tür auf und eine Person kommt auf dich zu, wo du dir denkst, wow, was ist denn hier los? Die Aura schwingt schon direkt mit, du bist komplett beeindruckt. Und in Gedanken auch nur noch auf ihn oder auf sie fixiert. Die Hand wird zielstrebig ausgestreckt, schön, dass sie da sind. Und Handschlag natürlich auch eher fest als nur so schlaff dahin gehalten. Jetzt geht es weiter Richtung Konferenzraum oder Büro und du stellst fest, das ist sehr strukturiert, sehr klar, sehr nüchtern eingerichtet und gehalten. Das Einzige, was du vielleicht findest, ist die Auszeichnung Manager des Jahres oder für das Unternehmen oder ein Foto vom letzten Golfturnier, wo der goldene Pokal in die Höhe gereckt wird. Wenn du jetzt gerade noch eine Frage hast, wo du bist, herzlich willkommen beim dominanten Kundentypen. Und jetzt reden wir einmal darüber, wie du hier Motive nutzen kannst und was du strengstens vermeiden solltest. Erstmal, der Dominante im Business ist sehr oft eine Führungsperson. Er hat sehr oft Menschen unter sich, die er führt. Er gibt die Richtung an und er ist auch immer entscheidungsfreudig, wenn Zahlen, Daten, Fakten im Vordergrund stehen. Wenn du über Geld verdienen und Zeit sparen sprichst oder Kosten senken, bist du bei dem an der richtigen Stelle. Meinst du irgendwie ihm sagen zu müssen, dass er hier in der 25. Etage einen wunderschönen Ausblick hat und dass die Anfahrt sehr, sehr gut war und dass das Wetter toll ist, könnte es sein, dass er dir auf diese Formulierung hin sehr deutlich zu verstehen gibt, dass du jetzt noch 28 Minuten Zeit hast, das Gespräch in die richtige Richtung zu führen oder nach Hause gehst und aus euch beiden nie eine Geschäftsbeziehung entsteht. Sehr, sehr klar in der Sprache, auch später in der Einwandbehandlung, wenn es um die Entscheidungen geht und so weiter und so fort. Also, Smalltalk ist menschlich, braucht er nicht. Wenn du direkt mit einem Business-Thema einsteigst, dann ist das gut. Also sei da wirklich wach. Was hat sich vielleicht in diesem Unternehmen verändert? Was stellst du fest? Was kannst du als Thema ansprechen? Was auf das Unternehmen oder auf seine Persönlichkeit einzahlt? Wie haben sie es geschafft, sich so rasant in diese Richtung zu entwickeln? Wie haben sie es geschafft, als Unternehmen so groß zu werden? Das sind super Fragen, die in diese Richtung gehen. Alles andere, Fußball, Frauen, Wetter, Wochenende, weglassen, braucht er nicht. Dann ist die Frage, welche Sachen muss der sehen, um eine Entscheidung zu treffen? Das weißt du ja vorher schon, weil Aufgaben und Ziele im Fokus stehen. Also die Bedarfsergründung, Bedürfnisermittlung ist da gar nicht so stark. Der sagt dir nämlich sehr deutlich, was er braucht. Wichtig, erkenne das, nimm den richtigen Nutzen, den richtigen Vorteil und argumentiere genau in die Richtung. Wenn du in deiner Argumentation einen sozialen Verstärker drin hast, dann empfehle ich dir, nimm einen, der leicht über ihm ist, weil dann erreichst du genau das, was dominante Typen überhaupt nicht mögen. Die wollen nicht, dass jemand über denen steht. Also ist der sehr schnell dabei zu sagen, ey, der Vogel hat das und der ist besser als ich, lass mal reden, lass mal kurz was festmachen und unterschreiben. Also dadurch lässt er sich anspuren, weil extern, weil extrovertiert, weil andere Menschen irgendwie vor ihm sind. Das interessiert ihn dann doch, auch wenn er da drüben nicht so die Ader hat, aber er möchte der Beste sein. Das ist wieder Zahlen, Daten, Fakten basiert. Wenn er dir mit Sprüchen kommt, sei gut vorbereitet und habe auch eine schlagfertige Art und Weise, um mit ihm zu sprechen. In der Gesprächseröffnung schon ganz oft, so was haben sie mir jetzt mitgebracht, zeigen sie mal ihr Angebot, lassen sie mal sehen. Jetzt lassen sich Verkäufer regelmäßig die Gesprächsführung entziehen durch diesen Einstieg. Hier kannst du immer noch sagen, schön, dass sie es so direkt ansprechen. Ich habe ihnen natürlich nur das Beste mitgebracht, weil es auch nur zu ihnen passt. Nur bevor wir starten, welche Erwartungen haben sie denn? Spiel den Ball einmal zurück, sei da wirklich so wach, dass du ihm auf Augenhöhe begegnest. Und ich sage dir was, das findet der gut. Wenn er dir einen Spruch gibt und du gibst den Spruch zurück, findet der das gut. Ich hatte einen dominanten Entscheider, der meinte, was können wir denn am Preis noch machen? Da habe ich gesagt, wissen Sie, nach oben können wir immer noch gehen. Fand der gut, hat der gelacht. Und dann haben wir aber eine Basis gefunden, wo wir wirklich mit Zahlen jonglieren konnten, um eine Entscheidung zu treffen. Denn nochmal, der Dominante trifft Entscheidungen. Sehr impulsiv, sehr oberflächlich, aber er trifft sie. Bevor er keine trifft, eher eine falsche. Und deswegen nutze einfach, dass du auf seine Motive abgestimmt die richtigen Argumente hast und ihn zu einer Entscheidung führst. Auch wenn du denkst, dass er die Gesprächsführung gerne haben möchte, darf die bei dir bleiben, wenn du mit den richtigen Fragen arbeitest. Wenn du im Abschluss niemals sagst, ich habe die perfekte Lösung für sie, sondern in Form der Alternativfrage beispielsweise, wollen sie lieber X als Standardvariante oder sollen wir in die Premiumvariante einsteigen, damit sie sehr schnell von dieser Investition profitieren. Damit sie sehr schnell in ihrem Unternehmen Ergebnisse erreichen. Dann findet er das super, jetzt hast du es gesteuert, aber er hat es entschieden. Nimm ihm nie die Entscheidung weg. Ganz wichtig, gehst du da raus, fasse nochmal schriftlich zusammen, was ihr gemacht habt. Beziehungsweise, wenn du einen Vertrag unterschrieben hast, dann ist ja alles gut, aber bleib da trotzdem nochmal dran. Aufgrund des impulsiven Entscheidungsstils ist das halt sehr oberflächlich und da braucht es vielleicht nochmal eine nachträgliche Bestätigung. In der Einwandbehandlung, wie gesagt, gerne auch mal mit Sprüchen arbeiten oder mit ganz konkreten Einwandbehandlungstechniken, die vielleicht übergeordnete Ziele ansprechen und nicht auf diese Belanglosigkeit einzahlen, die er gerade nimmt, um dich zu verunsichern. Das ist eine Gesprächsführung mit einem Dominanten. Der braucht Abwechslung im privaten Bereich, der ist ständig unterwegs, eher in Extremsportarten denkend und nicht derjenige, der zu Hause mit Frau und Kindern auf dem Sofa kuschelt oder den Hund streichelt, sondern eher mit dem Hund 30 Kilometer laufen geht. Das ist der Dominante. Wie gesagt, nochmal im einleitenden Video habt ihr es gehört, hast du es gehört. Es gibt nicht schlecht, es gibt nicht gut, es gibt verschiedene Menschentypen und wir sollten es als Verkäufer verstehen, genau in diese Motive rein zu argumentieren und sie da abzuholen, wo sie sich wohlfühlen und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist, wie gesagt, Champions League Niveau, trotzdem extrem wichtig. Sei gut vorbereitet, sprich seine Sprache und immer dann, wenn du das Gefühl hast, du hast Schlagfertigkeit verloren in dem Gespräch, trainier das, schreib das später auf. Habe ein Buch, habe eine Übersicht, wo du sagst, das sind Momente, wo ich schlagfertig sein muss und das sind meine Antworten, die ich gern geben muss. Und dann passt es auch bei diesem dominanten Typen, wenn du die Gesprächsführung durch die richtigen Fragen behältst und trotzdem ihm das Gefühl gibst, immer zu entscheiden. Das ist das Geheimnis und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Thema dominanter Kundentyp und stell mal bitte deine Fragen dazu. Gibt es spezielle Beispiele, die dich verunsichern? Dann gibt es irgendwas, was du haben möchtest, konkrete Sachen, die du brauchst, um dominanten Kundentypen stilgerecht zu begegnen. Ich freue mich drauf, denke an den Daumen nach oben und sei gespannt auf das nächste Video. Dann machen wir weiter mit Party Peoples! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!